Sachen und dann kann man nachher auch die ganzen Sachen sozusagen erkunden. So. Rüber über die Seile. Wow. Und schnell hoch. Geht schon. Mach weiter. Und rauf mit dir. Wie ein kleiner Affe. So. Und die synchronisieren. Das ist immer das Geilste. Der Überblick über die Map. Ich muss dir ehrlich sagen, das schaut einfach geil aus. Das ist einfach das Beste, was es gibt bei dem Spiel. Die Umgebung, die Landschaften, die sind immer ein Wahnsinn. Was? Die Generalstelle und Schnelldreifte Ziele stehen auf dem... Okay. Da seid ihr ja. Okay. Ah, das ist die Tochter. Das ist die Elise. So. Und jetzt kann ich fallen lassen. Adlerauge. Nein. Nicht Adlerauge. Was? Links. RT. L, RT und... B. Nein. 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 Recht Analog Stick. Aber normalerweise gibt es da immer ja was zum runterhüpfen. Gibt es da nicht? Oh ja, da. Warte mal. Nein. 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 Geh noch mal rauf. Geh noch mal rauf. Geh noch mal rauf. So. Wie geht... Wie geht das da jetzt hinunterhüpfen? Ja, aber wie kann ich ins Blaue springen? Ah, so. Okay. Ich muss die... Ich muss die... Ich muss die Rechte... den Rechten... Trigger... äh... Shooter das denn noch benutzen. So. Adlerauge. Drücken Sie... Also um die Wachen und die Umgebung zu lokalisieren. Passt. Perfekt. Danke. Das reicht. Das bedeutet, wir werden einmal... Nein. Junge. Rauf da. Mit dir. Oh, da hat mich gleich einer. Nein. Jetzt haben sie mich schon. Das war jetzt nix. Das ist jetzt fehlgelaufen. Ach. Ich bin da. Oder? Was? Hinten anstellen. Okay. So funktioniert es mal nicht. Passt. Wir müssen irgendwie... Ah. Ich weiß schon, wie ich gehe. So. Da drüben zu dem Lift. Spring runter. Komm. Runter mit dir. Fallen lassen. Genau. Und jetzt will ich den Aufzug benutzen. Schuss. Was zum Geier. Ich habe das rein, Will. Kann ich spüren, Herr Skinner. Geht runter. Boah. Junge. Nicht so schnell. Ich will doch nur auf den Balkon da. Soll ich mich da hinunter, da wäre ja noch eine Truhe. So. Ich glaube, ich werde nachher gleich im ersten Stock reingehen. Ich glaube, da waren weniger Wachen. So, jetzt werden wir da kurz mal wieder unseren Adlerblick anwerfen. Das ist das einzige, was ich bei Assassin's Creed immer irgendwie ein bisschen komisch finde. Der hüpft einfach immer irgendwo rauf. Egal ob du willst oder nicht. Sobald du zumindest die Lauftaste drückst. Da hinten ist eine Kiste. Ah ja, ich spiele zum PC. So, gleich mal die Waffe ziehen. Das ist das Beste immer. Und was habe ich gekriegt? 100 Fr. Warum? Äh, ich habe noch eine PS2, aber das war's dann auch. Und einige Nintendos. Warte mal. Perfekt. Gehen wir mal hinein und schauen, was jetzt kommt. Wo soll ich jetzt hingehen? Da oben ist eine goldene Truhe. Oder ist die unterhalb? Oder ist die unterhalb? So, wie komme ich da jetzt hinunter? Oder darf ich da jetzt hinunter? Oder? Leute, lasst mich da vorbeigehen. Ich muss da unten in die Menschenmangel hineinhüpfen. Na geh... Da kann ich nicht rüberhüpfen. Wieso kann ich da nicht rüberhüpfen? Dann gehen wir halt unten durch. Okay. Da vorne habe ich nur einen... Eine Wache. Geht da... Und... So, schauen wir mal, wo ich jetzt am besten bin, komme. Und diese beiden Dinge sind es... Okay. ...die unsere Meinung trügen können. Wenn sie nicht richtig gestellt werden... ...die müssen mir gefolgt sein. Von eurer Weisheit... ...und... ...eurer Besonnenheit. In diesem Vertrauen... ...meine Herren... Ziel lokalisieren. Hinter die Bühne gehen. Wie komme ich hinter die Bühne am besten? Ich muss irgendwie dahinter kommen. Ich kann nicht einfach über den Platz gehen. Das geht nicht. Das geht sicher nicht. Die Jungs, lass mich da durch. Boah. Da hängst du manchmal auch auf. Wieso denn nicht einfach durchlassen? Weiß du sowas... Also drüben wäre die Goldene noch. Oder ist nicht hinter der Bühne. Also drüben wär' die Goldene noch. Oder ist nicht hinter der Bühne. Tja. Und wer oder was übernimmt dann? Ein neuer König? Ein Rat aus fähigen Männern? Das ist die Frage. Assassin's Creed ist heute rausgekommen, zweitigweise. Oder gestern. Worum bitte ging es da bloß? 14 wenn ich mir nicht täusche glaube ich zumindest keine ahnung so kämpfen kann ich und schöner tut da na geht Ich hebe die Beine! Gib mir die Uhr! Und Spider, auf einmal schafft er nicht! Nein! Komm! Bereit für Prügel? Komm, das muss ich ausgehen. Nicht gerade dein Tag, oder, Victor? Na, morgen ist es Samstag, da kommt sicher kein Spiel raus. Auf euer Wohl! Zweit ich weiß, es ist gestern ausgenommen. Halt! Was machst du da? Äh, weglaufen! Was, weglaufen? Nein, die goldene Truhe! Wache, Wache, im Blau sind Ordnungshüter, wenn sie jemanden, der eine Sicherheit hier töten, werden sie angreifen. Okay. Wer wird entkommen? Ja, ich muss jetzt hier irgendwo auf Häuser rauf. Weil hier unten habe ich einfach keine Schamons. Ja. Ja. Ah, wo geh ich jetzt am besten hoch? Kletter da mal rauf. Kletter rauf, kletter rauf, kletter rauf, kletter rauf. Weiter, komm. Ah, da ist wieder nichts. Na, hüpf da vor. Das ist ja ein Seil. Dann komm ich nicht wieder rein. Dann werde ich zu Hause auf Sie warten müssen. Ich habe nicht vor, die ganzen Missionen da irgendwie auf perfekt zu lösen. RT halten um zu springen und automatisch zu springen. Ja, das weiß ich schon. RT halten und höher und weiter zu springen. Okay. Halten für kontrollierten Abstieg. Na, passt. so da vorne ist eine kiste die werden wir sich gleich mal holen ich bin mir nicht sicher ob die da das ist so blöde kameraposition für die kiste so ganz kurz raus schauen in den stream nein eigentlich sollte der stream noch perfekt laufen also ich hoffe dass ihr nicht sparen seht so wir sollten nach hause beziehungsweise da drüben müsste ich hin da drüben vorne wäre ein aussichtspunkt da werden wir noch hinlaufen rechts ist wieder eine kiste die holen wir sich gleich noch das war eine harte landung in echt stirbst so wo ist die kiste wo ist die kiste ich finde schon wieder die kisten die sichere gleich am dach herum warte mal einmal fallen lassen genau schauen wir mal ob wir da oben was finden da ist eine kiste perfekt so 24 von 20 im bezirk was ist los mit euch da wollte ich nicht rein so auf jeden fall haben wir hier einen kirchturm ich weiß nicht ob ich bei dem schon war aber ich glaube das ist der gleiche ja da habe ich schon schnell reisefunktion hin so das bedeutet wir müssen wir müssen das ist das ist das ist